Da, Leute, herzlich willkommen zurück zu Lego, zu Westworld und wir gehen jetzt direkt mal rein. Mit Mr.DNS macht Lernen wirklich Spaß. Also Kinder, habt ihr gehört? Wurde euch immer an Mr.DNS oder DNS Boy, nachdem wir ihr das nennen wollt. Das ist eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Nice. Ja. Ja, hallo. Hier. Bitte friss uns. Finde ich. Okay. Aha. Sehr krass. Sehe ich nichts, Saurus. Ja. Der kann sich tarnen. Sehr krass. So. Schön langsam. Nicht allzu laut werden. So. Und jetzt. Okay. Nein. So. Was soll ich denn machen? Ach so. Auf einmal geht das oder was? Danke für die nichts. So. 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 dann geht das schon. Ähm. Hier kaputt machen? Nee, ne? Also hier ist der nicht. Palme kaputt machen? Ja. Pech. Willkommen. Oder Aufnahme. Ich glaube, ich mache das wirklich weg, das mit Freundesspiel. Weil bringt ja nichts. Nervt ja nur ein bisschen. Ja, tu ich doch. Bleib berühmt. Mr. Tarnboy. So. Jetzt? Achso. Gegentreten. Ja. So super. Achso, Deckel. Okay. Okay, das ist ein Derby. Eric. Das merke ich jetzt erst. Na schön. So. So. Hier, bitte schön. Jetzt der allein hoch. Bitte schön. Das schöne Gegenseitfeld. Ja, mach dir nichts. So. Ich habe Dinos gehört. Da hinten. Da hinten. Das ist ein Dino. So, weiter geht's. Ich brauche den. Ja. So. Ich gehe, tarn mich denn mal da vorbei. So. Hi. Was passiert, wenn ich unsichtbar bin und zum Dino? Ich könnte es ja ausprobieren. Achso. So. Hier, bitte schön. Strom. Ach, der Arme. Das könnt ihr doch nicht machen. Okay. Ja. Ich werde das ab dem nächsten Part alles ausmachen. So. Das ist voll das Level-Field. Okay. Er ist weg. Ja. Er ist krank. Wir können ihn nicht hier lassen. Die Raktoren fressen ihn. Ah. Ja. Ja. Hm. Schön da rein. Das ist der bestimmt so. Hm. So. Hi. Wir werden dir helfen. Beziehungsweise ich. Was will der da? Schokoladentafel? Was ist das? So. Hm. Ja, bleib ruhig drüben. Ist mir schnuppe. So. Jetzt mal alles kaputt machen, um zu gucken, wo das ist. Wo liegt das hier irgendwo? Hm. Nee. Vielleicht unter dem Gras. Kann ja sein. Woher hier unter? Hört sich an wie Gas. Okay. Hier brauche ich den. So. Oder muss ich den erstmal rüberholen? Den Typen da. Nee, ne? Okay. Das geht nicht. Los. Spuck was aus. Hm. Sonst irgendwas vielleicht? Elektro? Hm. Oben vielleicht. Geh mal nach oben. Nee, nach oben geht der nicht. Au. Ich sagte, da fehlt, äh, ein Dings. Mein Fehler, sorry. Ich hab echt gedacht, da fehlt so ne Koppelung. So. Werden die retten. Dich retten. Nicht dir. So. Jetzt. Achso. Hier, bitteschön. Ah. Wirklich Schokolade. Ja. Schneller vielleicht. Was stand da? Warte mal. Dino. Bar. Okay. Und ne Mauerwe. Hier, bitteschön. Verpackung. So. Hey, Mr. Dinosaurier. Wo kriegen wir den Korater her? Hm. Irgendwo graben. Aber wo? Könnte hier ne Mauerwe sein. Hier vielleicht. Bei den Pilzen. Hm. Einfach alles kaputt machen. Hier. Ne. Das ist nur ein Teil. Aha. Wie kann man sowas übersehen? Kann auch nur ich. Innerhalb in knapp acht Minuten geschafft. Hier, bitteschön. Guten Bon Appetit. Hey, jetzt bist du wieder fett. Die Schokolade hat's gemacht. Will jemand reden? Kapton, schnell! Oh, wieder der Raptor auf Drogen. Okay. Was soll ich denn? Greift der eiskalt mir an. So. Oh. Feinster Dino-Kampf hier. So, willst du auch noch? Weiß nicht noch. Läuft. Okay. Wechseln kann ich hier rein? Ne, ne? Okay. Hm. Wann mal? Einfach kaputt machen. Kann ich noch so kaputt machen? Warte. Ne. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß aber nicht was. Was ist denn da verbargt? So. Wahrscheinlich alle besiegt. Oh. Endkampf? Fragezeichen? Komm her. Du bist doch eh auf Drogen. Warum macht der? Der hat doch stark. Geh, 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 bin. Es geht jetzt heute zu seiner Mutter. Das war echt knapp. Warum freut ihr euch? Los. Mein Versteck ist gleich hinter diesem Loch. Ihr habt gar nichts gemacht. Ja, können wir ja gleich mitnehmen, wenn das sich schon so an. Hi. Willst du mitkommen? Alter, cool. Der kommt sogar mit. Warte mal. Passt dir hier rein. Durch. Geht mal da weg. Nein. Als ob. Cool. Ach, nö. Schade. Oh. Bleib da. Danke. Da hinten. Komm mal da hin. Ach, später bestimmt. Brauchst du ja. Aber ne, hier. Du spuckst doch dieses grüne Zeug aus. Ja. Der eine wird gefressen. So. Ach so, ne. Hierfür brauchte ich dich. Ah. Ja, da kommt man hin. Aber das später. Wahrscheinlich nicht relevant. Ja. Okay. Das bringt jetzt was. Noch ne Vogelscheuche. Aber wir spielen noch eine. Da brauchen wir keine. Was? Echt? Ja. Okay. Ich hab jetzt ne Brücke. Was ist das hier? Hm. Noch ne Vogelscheuche. Was bringt die? Die ist meine blaue. Was bringt die denn? Noch eine. Das Spiel mit. Das Spiel verarscht mich. Die denkt echt. Äh. Dass ich echt Vogelscheuchen hier mache. So. Bitte nicht noch eine. Ah. Und da hinten ist noch eine. Komm ich bis später zu. Aber hier noch ein Weg? Ne. Aber wie kann ich da hinten hin? Irrelevant denn. Mein. Freien Modus. Wahrscheinlich geht das auch nur mit dem Charakter. Für später. Ja. 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 Ich hab mich eingeladen mitzufliegen. Vorsichtig damit. T-Rex. Es verscheucht einige von den Kleinen. Aber es lockt einen super großen an mit ner Flosse. Gern sie. Kompi. Hallo. Ja. Hallo. Chatpoint. Allein sind diese Compis nicht so übel. Aber im Rudi sieht das ganz anders aus. Speichern. Dann haben sie Angst von dem T-Rex, Pipi. Oder sie mögen einfach den Geruch nicht. Darf jetzt reden? Danke, kleiner Kerl. Ja, kurzere Folge. Aber dafür ist ein anderes Video länger. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen.